Kundran, Grants, McFly, Juli, FaceTouter und Nils. Ich fange gerade erst meine Aufnahme zu starten. Hallo. Hallo. Was ist das hier für ein Labyrinth? Hier gehe ich nicht rein. Hey, Juli, komm, das ist der Eis. Ja, McFly, du Ganova, denkst du, dass ich die mitbekommen? Was denn? Dass du hier das Loch da einmal gemacht hast. Wo es denn hängt? Nein. Kommt nicht so durch. Geht weg. Brandgranate. Geht weg. Boah, Tautau, hinter dir war eine Falle geöffnet worden. Hier, den Blumentopf noch nehmen. Da stirbt manchmal einer, glaube ich. Ah, aufpassen. Maxi ist es. Nee. Vom Bild erschlagen, oder was? Wow. Oh, was machst du mit dem Blumentopf? Also so Fisk zu retten. Das ist Kastel auf ihm. Das ist Kastel auf ihm. Na, schaut. Oh, einer da oben ist getroffen, by the way. Mit Dallon jetzt nicht mehr. Juli. Nein, das ist der einzige Weg. Oh, fuck. Wer ist das, Juli? Wie immer. Ja. Wurde auf jeden Fall gerufen, ja. Kriegen auf jeden Fall Leichen. Da ist er drin, ey. Da ist noch eine. Grants, ne? Ich weiß, aber da ist... Oh Gott, kunde ran. Ja, kunde ran. Irgendwie buckt da immer so eine Waffe aus der Wand raus. Ich glaube, da ist erst mal keine Waffe raus, ich glaube, da ist hier drin. Dann muss der andere hinter dir sein, McFly, da rechts. Ja, Juli ist es ja. Ja, hallo. Komm in meine Bude. Grants, 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 grants. Komm in meine Bude, Kinder. Das gefällt dir nicht. Oh Mist. Wo ist die Brandkarte hingeflogen? Ah, nein, sie war's doch. Okay, sie kommt wieder. Hey, ihr verbrennt mich, ihr Schweine. Was soll das? Ha, rennt sie raus, ey. Prügelt sie. Aha, da wird zweimal gelacht. Komm. Willst du es wie ein Run? Ich will dich verprügeln. Das war sügel. Was hast du davon, ey? Ja, ich weiß. Disco ist nicht gut. Wie ist ein unglückliches Baumannsvertext? Keine anständige Waffe gefunden. Ich habe mich denn da los getötet. Ja, durch die Disco, glaube ich, ist das runtergefallen. Oh Gott. Das Feuer ist runtergefallen. Ich habe sie da reingeworfen, bevor ich gestorben bin. Mhm. Oder so. Durch Zufall. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich habe einfach nicht untergreifen, keine brauchbare Waffe gefunden. Das ist natürlich ein Brauerspiel. Ja. Mann, wie heißt die Map mit den Spiegeln? Fisk, du musst das noch rausfinden gleich. Kann niemand das Viech rauslassen, ich will das mal sehen. Die Halloween-Map. Ach nein, leider nicht. Ach so, dann mit den ganzen vielen Räumen? Ja, die, die wir jedes Jahr spielen. Halloween. Okay. Ja. Das ist voll das geile Zimmer. Das ist mein Zimmer. Hat Fisk nicht mal so eine Dingens da aktiviert? Ach so, falls die Zuschauer sich jetzt wundern, die Folge hier müsste nach den Halloween-Folgen. Hey! Wir haben das richtig angepasst für euch. Dann können wir auch noch darüber reden. Also ich fand, dass die Halloween-Folgen dieses Jahr ziemlich scheiße waren. Ne, ich fand das waren mit die Besten dieses Jahr. Hier ist ein Mod passiert. Also die Halloween-Folgen von diesem Jahr waren dieses Jahr auf jeden Fall die Besten. Baby! Ich wurde gebabied. Baby on board. Baby on board. Baby on board. Ich wurde wiederbelebt. Ich glaube es war Tau Tau. Nein. In Inno. Da ist ein Deadringer da. Franz. Franz lebt noch. Der hat ein Deadringer, glaube ich. Der ist zu schnell umgefallen. Er lebt und die Leiche backt. Das hörst du, wenn die Leiche so ein bisschen am Boden schrubbt. Wo ist er denn? Hinter dir! He he. Opfer. Meinst du es ist fix? Hinter dir! Oh! Moment, 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 Moment! Schut, schut, schut. Er muss ja noch mal... Okay. Ja. Schade. Ich war auch noch am Leben, Nils. Ich hatte den Deadringer von Grand schnell benutzt. Tau Tau. Ich hatte nicht gewusst, dass Nils noch lebt. Ich hatte so ein bisschen geguckt, wie er schon tot war. Wenn wir vielleicht nicht vorbeigegangen sind. Und dann Nils mit der... Kundran mit draufgeschossen hat, dachte ich, du warst der andere gewesen. Die Leute haben ihm gesagt, du hast dich sehen, dass sie mit draufgeschossen haben. Das war mir kurz verwirrt. Nee, ich dachte, es lebt nur noch ihr beiden. Und da habe ich eher Kundran vertraut, als dir. Ja, das ist egal. Wenn es mich schon vorautem verdächtigt. Kundran kann doch nicht mal das Datum holen. Nee, deswegen nicht. Weil Kundran mir sonst hätte in den Rücken schießen können. Ach so. Wo ist mein Zimmer? Kommt ja auch nicht zur Lahn, ey. Das ist mein Zimmer. Kommt die Folgen eigentlich vor oder nach der Lahn? Nils? Während der Lahn. Da habe ich gar nichts an. Können wir Public Viewing oder so organisieren. Tim Wiese. Okay, Leute, ihr müsst das alle gucken. Tim Wiese ist das Erste. Den Tim Wiese-Kampf. Oh Gott, gehen wir weg hier. Es ist Kundran. Nein. War das jetzt Kundran oder der, der da vorne in der Ecke ist? Es war hier links einer. Kundran oder Dalu. Links Dalu. Dalu ist ein Dead Ringer. Mhm. Wo ist er? Nee, Dalu ist tot. Dalu lebt wieder. Was Kundran sich da aus den Fingern saugt. Ich bin überhaupt nicht in der... Das ist gerade wieder doch Grants. Grants, verfolge ihn. Ey, er ist tot. Er ist in diese Falle reingetappt scheinbar. Eherz? Nein. Dann lassen wir ihn da liegen. Geh ruhig weg. Komm mal, du hast keine Waffe. Ich bin ohne Waffe, weil ich in eine Trap reingegangen bin. Ich bin gespawnt und habe noch keine Waffe gefunden, weil hier ja die ganzen Räume leer sind. Hab ihn getötet. Hab Dalu gekillt. Hab Dalu gekillt. Ich bin safe, Kunran. Dalu war das. Warum hattest du jetzt Max gesagt? Das heißt Fisk und Max, sie können sich duellieren. Das ist Fisk. Okay. Obwohl die ist auch von Dalu gekillt. Obwohl ich das nicht. Blitz Fisk. Tautau ist Kunran safe. Ich hab Dalu beim ersten Mal getötet. Und er hat ihn gerade geblitzt. Habt ihr es gehört? Okay. Obwohl die ist auch von Dalu gekillt. Ja. Fisk. Hinter dir! Dalu ist bei der Welt tot. Ja. Wissen wir. Wieso geht der scheiß Dead Ringer nicht an ey? Und woher wusstet ihr, dass ich tot bin? Oh man, oh man. Ich hab dich doch confirmed. Achso, okay. Ich war ganz kurz auf keinen mehr zu trinken geholt. Weil ich lag in diesem einen Raum und mich hat noch keiner gefunden. Ich hab auch DNA gehabt von Diels. Also ich bin nämlich in einem Normal gefunden. Du bist auch Luf gegangen. Ja, aber ich wurde wiederbelebt. Die Tür ging hoch und ich wurde wiederbelebt. Dann wollte ich in diesen einen Raum reinrennen, um erstmal sicher zu sein. Das war der Raum, wo man stirbt, wenn man in die falsche Ecke geht. In die falsche Tür. Ja, genau. Ja, bin ich ja nicht. Ich bin durch keine Tür durchgegangen. Also ich war wohl nur zu nah dran an der Tür schon. Bin dann mal gestorben, aber durch keinen Mitspieler. Das ist meine Bude. Warum wollt ihr immer in meine Bude? Julis Butze. Ja, da ist Eisigkeit drin. Komm, wir müssen in den Laserraum. Dann kommt doch immer die Blade Musik, oder? Miss, miss, sorry. Hier. Kissenschlacht. Wer, du? Hier irgendwo ist doch eine Traitorfalle im Boden, gell? Gaben? Hab ich da was gehört? Eben. Wer möchte keine Kissenschlacht machen? Oh, Gaben. Oh, shit. Was geht? Oh, Mann, ey. Ich möchte dieses Lutz nicht haben. Oh, Bäsch der Wache. Entschuldigung. Wie? Entschuldigung. Entschuldigung. Da ist uns von alleine losgegangen. Oh, was? Nils? Ja, sorry. Muss dem kurz was einstellen. Juli, nicht ausflippen. Juli eskaliert. Mir gefällt die Deko nicht. Ja. Okay. Oh, da ist jemand gestorben. Wo? Wo? Da. Entweder ist Fisk tot, oder Fisk hat seinen Traitor-Kollegen getötet. Fisk ist tot, und der war inno. Kannst du wenigstens callen? Naja. Ah, da. Ah, jetzt, ja. Call, call. Eine Insel. Und keine DNA. Ja, er ist ja explodiert durch irgendwas, keine Ahnung. Wow. Come, Grants, trau dich. Was ist das? Das ist der Blade. Leider Nedrax. Trau dich, komm zu mir. Da sterb ich eh daran. Warum hast du keine Waffe? Habe ich doch. Achso, du hast den hier mit Grover. Ich geh mit Coon Run mit. Würde ich nicht machen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Nein, nein, nein. Wer hat alle geschossen? Ich nicht. Nee, das seh ich wohl. Wollen wir nicht anfangen einfach zu sprayen mit der Hilfe? Ja, mach doch mal. Es ist verfreiend, ja? Hey, da schießt jemand! Da war's Dalu. Ja, der flieh doch hier rein. Ich flieh nicht. Er fliehnt. Kommt, Leute. Er fliehnt. Er fliehnt. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Ich bin hier genau in der Horde. Ich bin genau in der Horde. Er hat ja auch mit der Silent Sniper aus einem Meter entfernt, wo er nachgeballert. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir lügen. Kranz! Yo, Baby! Julie! Von Maxi! Oh Gott. Oh, super. Leben nur noch Traitor? Nee, du auch. Ja, also wirklich? Nur noch ihr und ich? Okay, jetzt. Dann kriegt ihr mich nie. Blade Raum. Oh, ich hätte dich gerade nur abballern können von hier, ey. Ich leg ne Bombe einfach da hin. Hast du doch das Resident Evil nicht schlägt. Oh, oh, oh! Easy. Leg da mal ne Bombe hin oderансi. Gehen wir da hoch! Spring! Und wir kommen einfach zu die ganze Zeit. Ich kann da ja nicht rein. Na nur im Zoo, wa improved. Was können wir denn machen jetzt? Das ist doch gleich fertig, oder nicht? Hau rein, Leute! Ich steche euch ab. Wo musste man jetzt lang, Maxi? Ja, werdet ihr nie erfahren. Ich bin weg. Entweder geht man da durch oder... Ihr könnt auch durch den Blade-Raum kommen. Oder den Random-Raum nehmen. Blade-Raum ist doch einfacher, oder nicht? Hat der Nils noch Credits? Leg da einfach ne Bombe dahin und geh weg. Hätte ich können... Ach so, warte. Ich sende dir was. Oh, kommt wieder zurück? Nein! Lol. Du bist ja aus Resident Evil. Ja. Aber man kann es schaffen. Wir hatten ja oft Probleme. Das ist sehr geil. Im letzten Moment hab ich noch deinen Fuß durch gesehen. Ihr hättet Discos holen können. Und einfach... Hey, die war für mich... War voll, da stand Julie drauf. Damit am Ende auch keiner sagen kann, dass wir das nicht vor Zeugen gemacht hätten. Wer zuerst kommt mal zuerst. Deine Zeugen hier bitte! Du schläfst ganz oben. Ja, nein, die... Ich glaube es sind fünf Zimmer. Nils kriegt das geinste Bett. Ja, darauf können wir uns aber nicht einigen. Also... Wir spielen drum. Wir spielen drum. Spielen drum? Mit Mensch ärgere dich nicht. Genau. Nimmt jemand Brett hier mit? Hey! Ja! Obra! Was kann man machen? Ja? Wo bist du? Wo bist du denn überhaupt? Ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Mortal Kombat Ding ist von der Gefallen. Ach nein. Creepy hier. Ja, meinst du? Hänge schießen. Ich denke hier immer, das ist Ron von Harry Potter. Mr. Derper? Ja! Hat ne gewisse Ähnlichkeit. Aber warum hat noch keiner die Falle ausgelöst, wenn du schon in der Zeit draufstehst? Das warst du, oder? Ja, Tau, Tau ist es, Tau, Tau. Tau, Tau. Richtig böse. War doch klar. Und Granz liegt da. Da hinten liegt noch einer. Warte mal. Wer Tau Tau abschießt, macht sich für mich safe. Deswegen haut mal rein. Dafür müsst ihr erst mich finden. Wo ist er denn? Hallo? Wie innocent bist du? Fisk ist es doch. Friendship Beam. Ding, 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 kommt her. Boah, ich hab's durchgeschafft. Wo ist er denn die bekommt? Ich hatte gehofft, dass du dann einfach durch die offene Türen rennst. Feiner, Rai. Da ihr Schulter draus geguckt. Ja, die Tür, also die Ecke ist nicht so gut. Ich glaub, da passt man nicht hinter. Hey man Leute, mittlerweile müsst ihr mich kennenzulernen. Ja, wenn ihr mich die nie trägt. Ja, ich dachte, dann bin ich schon weit genug weg. Achso. Das ist alles wie die vorne. Dass du das Ding droppst, war mir schon klar. Aber ich dachte, ja ok, da könntest du ja stehen. Achso. Jetzt gibt's auf de Bobbes. De Bobbes. Ja. Ja. Das ist mit der Schutz. Was denn? Du liegst wieder aus dem Gang an und dann tu das, als wär's nicht grazen. Ich war das überhaupt nicht. Ja na. Gramps ist nie. Oh. Oh. Riecht es aus. Oh, sieht wieder an. Aha. Ja. Gramps hat sich direkt nach der Rollenverteilung umgedreht, will ich nur mal sagen. Weil ich mal ne neue Waffe haben soll. Irgendjemand hat mich mit dem Backstein geworfen. Das war ich nicht. Oh, ich hab mich mit Backstein beworfen. Dalu. Er hat mich zuerst mit dem Backstein beworfen. Dalu. Er ist dann zurückgeflogen. Ich hab's extra nicht so festgemacht. Der Backstein ging gar nicht. Du konntest dich besser werfen. Ich hab aber mal den Westenprop. Westenprop. Das Westenprop. Sag ich, was ist denn dein Fahrrad, Julie? Ja. Machen wir jetzt ne Fahrradtour. Oh Gott, du guckst das Fahrrad. Nee, Alter. Hey, wer schießt denn hier? Hat Tautau grad geschossen. Nein. Tautau hängt da. Hey. Warum hängt jetzt das? Hey, wer hat da geschossen? Tautau. Tautau ist tot. Tautau oder Julie, einer von beiden. Oder Gramps. Hey, hinter mir! Maxi! Was? Wo? Wer? Wer hat jetzt wen? Kundran und Julie, also. Ja, Gramps hat Maxi haben gesagt. Kondran und Julie, also. Ich hab nix mit Kundran am Hut. Wenn Julie nicht. Ja. Weißt du bist da! Wollte eigentlich nur Max rufen, weil ich Hilfe brauchte. Bis zum nächsten Mal, Juli! Ja. Ciao, vivi! Ciao. Bis zum nächsten Mal.